Hallo und herzlich Willkommen bei der D-Schule. Heute ist ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau und ich sehe keine einzige Wolke am Himmel. Hört ihr, die Vögel entzwitschern? Ich glaube, es wird Frühling. Aber habt ihr auf das Datum geschaut? Es ist erst Februar, das heisst, räumt eure warmen Wintermäntel noch nicht wieder zurück in den Schrank. Die werdet ihr noch brauchen. Bis dahin aber geniessen wir die Sonne. Tschüss!